Hilmi Sösser ist ein deutsch-türkischer Schauspieler und Komiker. Biografie Sösser wurde in der Nähe von Ankara geboren, wuchs in Tönisberg auf und lebte dort bis zum Abitur 1990. Danach folgte der Beginn des Studiums in Duisburg. Mittlerweile lebt er in Köln. Er spielte unter anderem in Tom Gerhards Komödien voll normal und Ballermann 6, gab Robert Schneiders Monologdreck, spielte dann in Bulli Herbigs Schuh des Manitou, für den er eine Auszeichnung erhielt, und in Lars Beckers Kriminalfilm Kanaketek. Den ersten Kontakt zur Schauspielerei bekam er durch ein Theaterstück zum Thema Rassismus, das Stück Ab in den Orient Express wurde von der Theater AG des Julius Stusberg-Gymnasiums in Neukirchen-Fluin aufgeführt und Hilmi spielte darin eine Hauptrolle. Nach mehreren Auftritten in weiteren Stücken fand er schließlich den Weg zum Film, ohne eine Schauspielschule besucht zu haben. Bekannt wurde Sösser vor allem durch die Filme zusammen mit Tom Gerhard und Bulli Herbig und war darüber hinaus in Filmen wie dem Rotmovie Auslandstournee und der mit einem Grimme-Preis ausgezeichneten Fernsehkomödie »Meine verrückte türkische Hochzeit« zu sehen. 2007 wirkte Sösser in der umstrittenen Tatort-Folge »Wem Ehre gebührt« mit. 2008 war Sösser in Christian Petzholz »Jericho« zu sehen. Das Drama handelt von einem aus Afghanistan zurückkehrenden Soldaten, der sich auf eine Affäre mit einer verheirateten Frau einlässt. Der Film mit Benno Führmann und Nina Hoss in weiteren Rollen erhielt eine Einladung in den Wettbewerb der 65. Filmfestspiele von Venedig 2008. Im Jahr 2009 spielte Sösser im Altonaer Theater in Hamburg in dem Stück Schillers sämtliche Werke. Leicht gekürzt mit. 2011 war er in der zweiten Voll-Normal-Fortsetzung »Die Superbullen auf der Kinoleinwand« und in der Hauptrolle von Stefan Kornatz »Fernsehfilm« »Das Ende einer Maus ist der Anfang einer Katze« zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017